ja liebe leute willkommen zurück also wir hatten bisher die eine seite eigentlich schon fast abgesucht hatten auch einen generator gefunden aber irgendwie das mit dem treibstoff das hat noch nicht so richtig funktioniert so jetzt war hier alles zu die ganzen türen sind auch alle zu da kommt man gar nicht rein wahrscheinlich hat das alles was mit diesem strom zu tun den wir aktivieren müssen mal sehen also hier gehe ich jetzt hier noch mal weiter schauen ich glaube hier kommt man dann auch nicht mehr weiter das war dann dieses genau dieses gebilde hier was irgendwie auch irgendwas das sind bloß irgendwelche antennen aber irgendwas dreht sich dann wahrscheinlich hier irgendwie oder wird aktiviert oder ich weiß es noch nicht wir wissen es doch nicht okay dann gehen wir halt hier weiter aber vielleicht ist das auch wieder bloß ein tor was dann wieder gegen so eine wand wo ich gegen so eine wand laufe was das für ein weg nichts weiter einfach nur ein zusätzlicher weg na gut okay jetzt gleich wahrscheinlich und ich stoße an ja so sieht es aus so sieht es aus macht immer schönes geräusch finde ich nur gut da ist es auch nicht ja schon einmal die äußerste ecke okay na gut dann ist dann ist eigentlich diese seite auch so weit wie durch geschaut oder um irgendwas irgendwas übersehen weil man hier hoch kann nö komm ich hier runter direkt ne komm ich auch nicht muss ich wieder zurück gehen na gut macht nix so jetzt ist natürlich die frage muss ich da komplett zurück gehen wahrscheinlich und wahrscheinlich ist auch diese eine brücke dann da am tor die ich runter klappen kann einfach nur dafür da dass ich dann den ganzen weg nicht schon wieder zurück gehen kann er muss sondern dort runter gehen kann gleich so würde ich das sagen irgendwie darüber wahrscheinlich nur von der anderen seite wahrscheinlich nur also hier ist immer lang gekommen hier kann man nicht lang gehen dann ist es so ich stehe noch mal hier an diesen diesen wagons lang hier hier bauen wir jetzt noch nicht und hier ist dann irgendwas oder wie komme ich überhaupt darüber wahrscheinlich von der anderen seite über diese schienen ansonsten fällt mir da auch nichts ein gut nur gut da ist jetzt auch nichts was uns irgendwie dolle weiterhelfen könnte hier komme ich hoch war ich hier schon trenne war ich hier schon trenne das hat ja bestimmt einen sinn dass ich hier hoch kann oder oder auch nicht vielleicht sollte ich auch mal immer ein bisschen nach oben schauen kann ich das zu machen ne irgendwie ist ne nix na gut so ich kann ja hier noch runter so also dort drüben waren eigentlich auch schon in dieses gebilde kam man nicht rein wahrscheinlich nur von der anderen seite so das heißt ich muss also jetzt definitiv zurück genau das ist aber schon rum geschlichen ich muss zurück ach so naja alles mit strom nur nur mit strom aber das merken wir uns mal dass wir dann auf die idee kam dort auch mal drauf zu drücken so also ich muss zurück hier war ich noch nicht kann man aber nichts machen außer anschauen oder ich meine wir hatten ja ganz am anfang so relativ dieses kleine automobil gefunden das war ja eigentlich recht cool aber das ist jetzt hier komme ich hier auch ja ich komme hier auch das war aber auch so alles oder so irgendwas anders cooles haben wir dann jetzt lange nicht mehr gefunden hier war das mit dem grill ja gut ok da renne ich mal hin weil ich denke da ist jetzt hier nichts weiter los wir laufen das einfach zurück dann drehen wir dieses dieses tor ich glaube das muss man erstmal wieder zu machen oder nee ach ich muss dann wahrscheinlich erstmal hoch machen so oder kann ich das ganz runter machen ich probiere es mal ob es gleich wenn ich es ganz runter mache ob das dann gleich geht ach so wie ist denn das komme ich da jetzt überhaupt komme ich da überhaupt ich muss ja irgendwie rüber kommen oder ich muss ich dann rennen ich probiere es mal gut und 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 nein geht gar nicht in die richtung hallo ach da muss ich doch wieder dran drehen Aha, und wie komme ich dann rüber? Weil wenn sich das hier reindreht, dann muss ich ja irgendwie rüber. Oder ich mache das gerade. Ich probiere das. Also mache das aktiviert das. Also ich weiß nicht, ob das geht. Und mache das runter. Na, das wäre zu einfach. Puh, ja, dann muss ich wahrscheinlich rennen dann, hm? Wenn ich das schaffe. Und? Geht das gar nicht? War das jetzt nur eine Theorie von mir? Geht das gar nicht andersrum? Hm? So. Ich probier's mal. Ich probier's. So, wenn ich das jetzt... Aber es hat sich doch bewegt, oder? Es hat sich doch bewegt. Und da hier drüben ist doch auch so'n... so'n Gitter. Ich probier's nochmal, ohne dass ich hinrenne. Kann ich hier irgendwo rüber dann? Nee, kann ich auch nicht. So. Hm. Hm. Also es geht bis in die eine Richtung. Also ich mach das gerade So Wenn ich jetzt hier das aktiviere Passiert nix, genau So, und wenn ich hier irgendwas aktiviere Und dann Ich dächte, wenn ich das runter mache Dreht sich das in die andere Richtung So, wir probieren nochmal Ein bissl, hä? Immer so ein Stückchen, oder? Ist das jetzt ein Bug, oder ist das Absicht, oder? Vielleicht so eine kleine Ecke, dass ich dann durchschlüpfen kann, oder? Nee Kann man das halten? Nee, auch nicht Hm Hm, ich weiß nicht so richtig, ob das richtig ist, was ich mache Achso, da oben sieht man was Gut Hm Ich probiere das nochmal in die andere Richtung Ich meine, das macht ja Sinn So Dann gucke ich mir das nochmal an Ja Aber da drüben ist doch das hier Ist okay, das nicht Hier, da drüben Ist das gleiche wie hier Und ich Ja, ich erwarte auch jetzt nichts weiter, oder? Hm Das ist blöd Das ist jetzt blöd Ich hätte jetzt gedacht, dass das So einfach funktioniert Oder ich muss ja irgendeinen anderen Weg hochfinden Na, liebe Leute Ich hab da jetzt ja ehrlich gesagt Hier ist ein Plan Ich dachte, das geht so rum Und dann gehe ich da halt Dort an dem Strand lang Weil anders komme ich doch dort nicht hin Hier oben komme ich nicht lang Und Ja, auch nicht von der anderen Seite, oder? Okay, also Ich mach das gerade Dann Schauen wir mal, ob das wieder zugeht Nee Da passiert eigentlich ja nichts Wäre ja unlogisch So, ich kann jetzt aber natürlich das runter machen So Und dann So Genau Genau Und wenn ich jetzt weiter mache Das geht nie Ja gut Dann 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 ist es wahrscheinlich falsch Oder? Dann ist es einfach falsch Aber ich kann mir jetzt hier auch nicht hoch Ah hier 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 rein Das Ding ist zu Hm Ich probier's noch einmal Hm Nee Hm Das klappt sofort Okay Das heißt Ich muss jetzt sagen Einen anderen Weg Ich lass das jetzt erstmal offen Und ich muss irgendwie Einen anderen Weg finden Also hier kam ich überall nicht rein Vielleicht finde ich ja doch Irgendeinen anderen Weg da hoch Ja Das war das mit dem Beet Aber alles Das 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 Ging ja alles nicht Das klappt ja alles nicht Also ich kann mir nirgendwo rein Alles zugehämmert Naja So hier war das dann mit diesem Baum Das war aber auch alles Dann Hüpfen und klettern kann ich ja hier nicht Vielleicht kann ich hier auch Gut Okay Das kann ich aber Das war's auch oder Lauf ich auf dem Dach rum Hm Kann ich hier rüber? Nee Kann ich auch nicht Puh Warum Warum kann ich hier oben drauf rumlaufen? Das würde mich mal interessieren Wahrscheinlich für die Übersicht Okay Ähm 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 Ja komm ich aber nirgendwo hoch Na gut Was ist das für ein Geräusch? Hm Also wenn irgendjemand eine Idee hat Ich bin auch gerne für Hilfe zu Zu haben Also Jaja Das Tipp Oder so Bitte her damit Bitte her damit So also hier war dann auch nichts Ich kam ja hier eigentlich Das ging nicht auf Nö Das ging nicht auf Hier kam ich nicht rein Auch nicht rein Und hier lang Ist auch nix Hm Also irgendwie bin ich jetzt gerade im Stehspiel auf dem Schlauch Okay Dann gehe ich mal hier weiter Geht das überhaupt? Komme ich hier runter? Ja ich komme hier runter So Dann Genau Hier ging es auch nicht hoch Und Die Seite Das war Das war zu Das hilft mir auch nix Und Da sind wir schon beim Haus Eigentlich hier Hier oben müsste ich da irgendwie rankommen Und dann hier oben lang gehen Wie 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 komme ich da hoch? Hier hoch Hier war doch das Auto Ist das weg oder wie? Ne Hier ist es Da ist es Gut Also hier hoch Müsste ich irgendwie kommen Vielleicht probiere ich es nochmal am Haus Vielleicht geht doch jetzt mittlerweile irgendwas auf Nö Nö Och Menno Ich dachte ich bin so gut Ich dachte ich bin so gut Und Und tu mich da hier so in Ruhe erstmal alles anschauen Und dann tu ich mich da so in Ruhe Überall rein und durch bewegen Mach das ganz lässig alles Ne Hier komme ich nicht weiter Hier war das dann Hier Da irgendwie hier hoch Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Komm ich hier hoch? Ne Komm ich nicht hoch Komm ich hier vorne hoch? Ne Komm ich hier hoch irgendwo? Hier? Hier? Ich will hier hoch Ja hier 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 Ne geht nicht Ne das wäre zu einfach Also das würde schon einfacher hoch gehen Wenn es Wenn es so gedacht wäre Irgendwas machen Ne Und hier war dann jetzt bloß das Loch durch Also was nirgendwo hinführt Und dann War jetzt nur noch Das hier Wo wir am Anfang Abgebogen sind Gleich Da kann ich ja nochmal hingehen Aber Ich glaube das ist auch nix Oder Also hier war nix rum Ne Und hier drinnen Da hatten wir auch geschaut Da war auch nix Nö 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 Komm ich nicht lang Ich komme nicht lang Also ich habe jetzt irgendwie auch keine Idee Das einzige wäre Dass ich einfach dort wieder zurückgehe Wo der Generator war Und mein Glück versuche Vielleicht habe ich dort irgendwas übersehen Sozusagen hier dahinter Das werde ich dann machen Oder Also jemand hat eine Idee Da kann sie ja bitte in die Kommentare schreiben Klar So Was ist das Eins Zwei Drei Eins Zwei Drei Eins Sechs Sieben Acht Neun Zehn Eins Zwei Drei Vier Heißt das dann Fünf Ja Machen wir ein Foto noch Das war dann erstmal Uns letzte Amtshandlung heute Und wie ich probiere das dann Das nächste Mal nochmal Vielleicht kriege ich es ja dann hin Also bis dahin Ciao